Outside kommt wieder eine smoke Flashradio, aber noch nichts durch Ventus runter, Ventus auf und runter, Ventus auf und runter bitte Ja, einer steht am roten Container, Outside, mit AWP Ja, natürlich, 40 HP, ja genau Zwei sind hinten rein Zwei sind hinten rein Wo ist denn die Bombe gelegt? Unten Ventus, Ventus, einer, 40 HP kommt jetzt raus, ist 40 HP nur noch Pistole Reicht nicht mehr, safe, safe Ja, der kommt nicht mehr Eeeeeee Wenigstens du als einzigster überlebt Hast aber richtig Lack gehabt, ein guter Ja, da musst du oben hier drauf gucken, mal auf die Dings 1203 Kills Hat jemand irgendwas Money-mäßiges? Ja, ich kann hier Ähm, wirst du? Kann auch Äh, du hast gerade den Bot gelegt Oh, das ist schlecht Oh, das ist schlecht Hier Waffe liegt Hier Nimm Nein, shit Ich habe nur noch 5-7 gespielt Äh, der Bot kommt hier hinterher Oh Gott, der Bot pusht, Mann Die sind auf A Oh, ich habe ein Masterpiece Oder? A ist oben, gell? A ist unten A ist oben Achso, A ist oben Jaa Das müsstest du langsam wissen Jaa, nee Einer ist direkt vorne Jaa, safe Jaa Geh ganz hinten in die Ecke rein Der weiß nicht, wo das hergekommen ist Doch, er kommt Er ist drinnen Naja, der ist hinter dem reingegangen Naja, der ist hinter dem reingegangen Naja, ich kann was legen Jaa, lass eco Ne, hier Ich habe UMP Jaa Das ist aber Schwachsinn Egal Warum? Aber kauf nicht so viel Jaa Ich habe gesagt eco Jaa Wir sind ein bisschen mit dem Mann hier Gehen wir viel rund Bis zuerst kommen Hat die jetzt auch 5-7 geholt Ja, aber ich habe eine ABP Da könnt ihr ja nicht eco machen Also Doch Oh nee Einer ist in A drin Genau Warte, wo? Bombe ist A, Bombe ist O, Ben Ah, die pushen Radios sind jetzt Rampe Kleine Penis vom High 4 Positiv Wieso? Oh, pisst das nicht einmal Nein Easy 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 Cool eco, oder was? Jaa Nur Pistol, wenn Wollen wir mal Pommes durchwaschen, oder was? Ich guck jetzt erstmal, dass der Bot hier hinten bleibt Jaa, ist richtig Das ist ein Ein Spot, Alter Ein R.P.A. Die zwei sind outside Ein AWP, ein AK das ist dass er wenigstens kein E's gekriegt hätte ja das wird echt lustig egal der geht zurück der nächste hat die Ava gepickt also Vent ist zu und Tür ist auch noch keiner raus die steppen outside oben also Heaven ne die sind unten Main schon vor dir ja ich komm nicht boah für ein Bot wo ist der andere? Main der steht rechts vor dir Matthias ach Stefan ach so das ist ein Smurf das ist mein Smurf ne Matthias weil der keine Skins mehr hat einer ist oben Heaven das ist übrigens oben einer ist oben auf dem Cap der Bombe liegt dahinter zu einer anderen Seite warte 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 geh weiter nach rechts weiter nach rechts defuse schnell wir gehen mh klar ist ok ja hätte es nicht um Silo laufen können so ja ich bin schade scheiß spiel auch pisst mich das an alter den ganzen Tag so abgeräumt den ganzen Tag und jetzt easy ins Maul alter ja outside geht wieder Action mhm er hat ne Auto Tucker alter Bombe ist Bombe ist Bombe ist Bombe ist Bombe ist Bombe ist Komma 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 Ei geh weg geh weg ich mach Wind auf outside ist ne AWP wo genau Bombe ist eh hinten draußen Bombe ist oder auf der Kombe ist genau in der Bombe ist drin einer ist outside hinterm roten container ist das noch ein nice jungs der bot muss dann unbedingt hier bleiben kümmert sich mal bitte einer um den bot geht weg ich mache aber der potter Wennsit auf